Smart City ist die Anwendung insbesondere digitaler Technologien auf alle Aspekte einer Stadt. Die Gründe für Smart City liegen auf der Hand. Das sind vor allem zwei Gründe. Zum einen will man die Verwaltung der Städte effizienter machen. Insbesondere sieht man schon heute, dass in den großen Ballungszentren eine ganze Reihe von Problemen zu finden ist. Ein Beispiel ist dafür das Thema Luftverschmutzung und was man tun kann, um diese Luftverschmutzung besser in den Griff zu kriegen. Ein zweites Thema ist die Bequemlichkeit der Bürger, für die Bürger Dienste einzurichten, die ihnen erlauben, ihr Leben effizienter, angenehmer zu gestalten. Ich denke, jede Art von Vernetzung zu diesen Fragen, die dazu führt, dass man eine Reihe dieser Probleme miteinander in Beziehung setzt und gemeinsam löst, kann nur helfen. Zudem können Einrichtungen wie das CoLab natürlich mehr Bewusstsein schaffen zu dem Thema, Interaktion und Austausch bewirken und letztendlich auch dazu führen, dass neue Ideen entstehen, aufgegriffen werden, auch in der Zusammenarbeit der verschiedenen Stakeholder, die sich in dem CoLab treffen.